Harley-Davidson und Jeep, zwei amerikanische Ikonen, arbeiten in Europa und natürlich auch in Deutschland schon sehr lange zusammen. Harley veranstaltet jedes Jahr die Veranstaltung Harley on Tour, geht durch ganz Deutschland, dieses Jahr auch 49 Stationen in ganz Deutschland, unter anderem natürlich auch in Bayern, fängt an am 1. Mai in Augsburg und endet dann für Bayern nach dem Oktoberfest in München. Harley zeigt dort seine gesamte Modellpalette, alle Motorradmodelle, die es gibt. Und Jeep ist natürlich mit seinen aktuellen Modellen auch dabei, ist eine wunderbare Symbiose, weil diese beiden amerikanischen Ikonen passen einfach perfekt zusammen.